Ich habe gerade was bekommen, aber ich habe es noch nicht gesehen. Er hat geschrieben, Herr Trost. Das war alles gestern, wo wir noch in Katerini ins Wasser gesprungen sind. Da kommt Genghis Khan. Nein, wie war das nochmal? Das sind die Farbschäden. Gorbatschow, jetzt habe ich es. Stalingrad. So, ich fange mal bei dir an, mein Schatz. Ja, macht's gut. Er lieben, grüß dich, Herr Hohmann. Ich hatte gesagt gehabt, das war kein Scherz. Einpacken, die hat lange war er gesagt. Wir müssen mal etwas planen. Und die kleinen Haut. Dein Mann natürlich auch sagen. Wir sind ja wie Standard. Immer dabei. Oh mein Schatz, wir haben jetzt nicht mehr viel voneinander. Komm, 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 komm. Jetzt kann ich es nicht sehen. Nein, es kann uns eigentlich zurückkommen. Und dann ist es nicht rum. Wir sind die ganze Zeit vor. Wann du kommst, ist mir egal, ob du kommst. Wenn du noch ein bisschen singt, dann noch mitnimmst. Wir lieben Sie, Herr Hohmann. Ich hoffe, man sieht sich am anderen einen besseren Anlass. Ja, das wäre schön. Da kann man wirklich ein bisschen festmachen, oder? Genau so, mein Schatz. Es war wunderschön, ich habe wieder gesehen. Ja, ich habe mich auch gesehen. Es war ein paar. Komm, komm nach Hause. Auf jeden Fall, mein Schatz, komm her. Komm, komm. Ich sage jedes Mal, er sagt, ja, ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. So, ciao. Ich möchte, dass ihr Jungs zusammenhaltet. Ja, das machen wir schon. Ja, nein, ich meine das im Ernst. Ja, ich weiß genau, was ich meine. Aber das kommt noch ein Charme auf, ich weiß nicht mal, das kommt noch ein Charme auf den Lauf. So. Ciao. Und da hast du auch ein paar Cousinen, wo du da umfangen wirst, wo du sagst, cool. Ja, ja, ja. So, so.